Die Hörspieljury. Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Ja, ein herzliches Terra Pestemteneto und hallo zur Hörspieljury. Und wenn ihr glaubt, dass ich schon wieder Lust habe auf so einen Groschenroman Geisterjäger, dann habt ihr genau richtig geraten. Und damit ich das heute durchstehe, bin ich auch nicht allein. Bei mir ist heute Detective-Inspektor Jay. So ist das. Und Salusik Maneto heißt, glaube ich, der zweite Teil von der bekannten Formel. Heute sprechen wir über eine neue Serie. Sie heißt Sinclair Dead Zone. Wir sprechen über Folge 1 Zeichen. Mysteriöse Dinge ereignen sich in London. Ramon, der eigentlich nur Blumen ausliefern wollte, wird von einem Fahrstuhl auf Abwägen in die Tiefe gezogen und irrt nun durch entlegene U-Bahn-Schächte, bis ihm von einem teuflischen Zauber beseelte Insekten einen grausamen Tod bereiten. Da ist die jugendliche Livia Parsen, die sich auf dem nächtlichen Nachhauseweg befindet und von einer unbekannten Kreatur im Bahnareal in den Docklands bestialisch ermordet wird. Und schließlich gibt es dann noch die Wissenschaftlerin Dr. Rachel Briscoe, die vor der Küste Portugals ein geheimnisvolles Artefakt entdeckt und, nachdem sie es berührt hat, eine beunruhigende Vision empfängt von den Ereignissen in London. Sie beschließt, der Sache nachzugehen. Und mittendrin ermittelt Oberinspektor, äh, pardon, Detective-Inspektor John Sinclair. John Sinclair, Regisseur Dennis Erhard und sein Toningenieur Sebastian Breitbach rebooten unseren Geisterjäger und erzählen uns die Entstehungsgeschichte von John Sinclair einmal ganz anders, als wir sie bislang kannten. Dead Zone ist parallel als Buch erschienen. Es wird auch ein weiteres Buch geben. Dead Zone wird die erste Staffel dieser neuen Serie abbilden. Geplant sind sechs Folgen für diese erste Staffel. Die Folgen werden jeweils Doppel-CDs umfassen. Das ist also eine Menge Hörstoff. John Sinclair-Fans dürfen sich freuen. Sie müssen es aber nicht. Mir jedenfalls haben sich spontan drei Fragen gestellt, die mir im Schritt brennen. Nach John Sinclair von Tonstudio Braun, den John-Sinclair-Hörspielen auf Englisch, den Sondereditionen von John Sinclair, den Sinclair Classics und natürlich der Sinclair Edition 2000 gibt es endlich wieder eine neue Serie von John Sinclair. Erste Frage, reicht es nicht langsam auch mal? Antwort auf gar keinen Fall. Ich träume ja immer noch von den John Sinclair Mundart Special Editions. John Sinclair auf Plattdeutsch, Schwäbisch und Unterfränkisch. Ganz toll wäre auch John Sinclair das Musical als Collector's Box mit allen großen Hits und natürlich ein Re-Release sämtlicher Folgen als Picture MC mit Audio-Kommentar der Macher und rumänischem Untertitel. Zweite Frage, wie begeistert ist eigentlich Jason Dark davon, dass es jetzt endlich eine neue Sinclair-Serie gibt, die einfach einmal die Ursprünge seines über Jahrzehnte entstandenen Sinclair-Kosmos für null und nichtig erklärt, beziehungsweise so tut, als hält es das, was man den treuen Hörern, Lesern und Fans erzählt hat, alles nicht gegeben. Ich schätze mal, er findet die Idee total dufte. Auf den John-Sinclair-Hörspielen von Lübbe Audio, die auf Jason Dark-Vorlage beruhen, ist da hinten immer noch der Aufdruck drauf, dass das Hörspiel von Jason Dark persönlich empfohlen wurde und dass dieser Aufdruck bei Dead Zone fehlt, hat bestimmt nichts zu bedeuten. Dritte Frage, warum hat eigentlich niemand gemerkt, dass Professor Shy und Java Jim ein und dieselbe Person sind? Ja, okay, das hat jetzt nichts direkt mit diesem Hörspiel zu tun, aber ich habe halt manchmal so Gedankensprünge. In Dead Zone kommt John Sinclair sehr viel tougher, härter und schmutziger rüber. Die gewohnte Sinclair-Attitüde sucht man vergebens. Manch ein Sinclair-Fan wird sich beim Hören vielleicht das ein oder andere Mal mit einer Bratpfanne aus geweihtem Silber auf die Rübe donnern, aber darauf müssen wir es ankommen lassen. Das Ganze wirkt ziemlich auf Action getrimmt und, was mir gut gefällt, zunächst einmal ist nicht wirklich klar, wer hier eigentlich in der Geschichte die Strippen zieht und worauf das Ganze hinaus möchte. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier lediglich den Anfang einer Buchvertonung geboten bekommen und Folge 1 dieser Serie für sich genommen keinen vollendeten abgeschlossenen Spannungsbogen aufbieten kann. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass die Story nicht so wirklich in die Gänge kommt und das kann bei mir schon mal dazu führen, dass sich mein Gehirn aus Selbstschutz in den schlimmer Modus schaltet. Ja, das ist hier aber nicht passiert. Sämtliche Personen wurden mit neuen Sprecherinnen und Sprechern besetzt, teilweise wurden auch die Namen etwas abgeändert. Mir besonders gut gefallen hat die brummbassige, testosterontriefende Stimme des Erzählers Wolfgang Hensch. Ein Highlight für mich war das Sounddesign, das ohne allzu große Knalleffekte auskommt und vielleicht gerade deshalb eine spannende, unheimliche Atmosphäre aufbaut. Eigens für diese Produktion hat man originale Sounds vor Ort aufgenommen, beispielsweise vom Fußgängertunnel unter der Temse, dem Woolwich-Tunnel oder von der Hafenbahn. Dockland High Railway. Und das ist ein Aufwand, der hier betrieben wurde, der die Produktion zu etwas Besonderem macht. Wenn man sowieso die ganze Serie auf links dreht, alles neu macht und ganz anders erzählt, warum nennt man das Ganze dann eigentlich noch John Sinclair und da findet mich gleich auch noch eine neue Hauptperson? Ja, ich weiß natürlich, warum man das so gemacht hat, muss aber trotzdem sagen, das Hörspiel hätte mir noch besser gefallen, wenn nicht das Sinclair-Etikett draufkleben würde. Aber das ist ein persönlicher Vorbehalt, der hier nicht zur Bewertung steht, bewertet wird das Hörspiel und dem Hörspiel kann ich nur zubeligen, dass es von vorn bis hinten handwerklich gut gemacht ist. Meine siebenjährige Nichte findet das auch und deshalb zeigt mein Hörspiel Daumen heute nach oben. Und damit übergebe ich an Jay. Ja, vielen Dank, Maxine. Okay, Sinclair, Neustart, alles klar. Du hast das eben schon sehr ausführlich dargestellt. Sinclair, die Originalserie von Tonstudio Braun, Sinclair Edition 2000, Sinclair der Toaster, Sinclair das Waffeleisen. Also, eigentlich gibt es ja schon alles. Wozu brauchen wir nochmal Sinclair als Neustart? Und Neustart setzt ja eigentlich mal voraus, oder Reboot, dass die Geschichte, so wie sie grundsätzlich ursprünglich mal erzählt wurde, nochmal wieder neu erzählt wird. So würde ich das jedenfalls erstmal verstehen. Aber hier in diesem Fall haben wir es nicht nur mit einer komplett neuen Geschichte zu tun, nein, auch an den Figuren wurde geschraubt. Der eingefleischte Sinclair-Kenner mag das jetzt vielleicht mal gut finden. Der eine sagt, ach, na, Sinclair war ja immer schon mal ein bisschen angestaubt, so aus heutiger Sicht. Sinclair hat sich immer so benommen, so ein bisschen wie James Bond, war der coole Frauentyp und so weiter und so fort. Jetzt wird er ganz anders dargestellt. Vielleicht auch etwas zeitgemäßer, in einem zeitgemäßen modernen Rahmen. Und ich muss dir zustimmen, das Hörspiel ist, auch aus meiner Sicht, handwerklich super gemacht. Nun hat die Sache aber, wie so viele Sachen, mindestens zwei Seiten. Zum einen haben wir hier ein modern gemachtes Hörspiel, sehr gut gemachtes Hörspiel. Die Sprecher liefern eine tolle Sprecherleistung ab. Wir haben übrigens mehr als 40 Sprecher in diesem Hörspiel. Das muss man auch erstmal akustisch überblicken können auf dieser Doppel-CD, in dieser Geschichte. Wir haben mehrere Handlungsstränge, die erstmal scheinbar noch parallel irgendwo verlaufen, aber keinen gemeinsamen Treffpunkt haben, noch keinen gemeinsamen Nenner. Das ist sicherlich dem geschuldet, wie du es schon gesagt hast, dass wir es hier mit einer Geschichte haben, die nicht nach dieser Doppel-CD zu Ende ist, sondern nur der Auftakt zu den restlichen fünf Doppel-CDs darstellt. Ja, wer nun einen reinen Sinclair-Reboot-Neustart erwartet, der wird halt ein wenig enttäuscht, weil die Personen sind zwar grundsätzlich nicht da. John Sinclair ist da, Zuko Gan ist da und auch eine Sandako Shao ist dabei. Aber wie ihr vielleicht als aufmerksame Hörspieljury-Hörer gerade hört, hat man dort schon leichte Änderungen vorgenommen. In der ursprünglichen Romanserie hat Zuko keinen Nachnamen, jedenfalls ist er nicht bekannt. Shao ist der Vorname und der mutiert jetzt hier zum Nachnamen und man hat Shao einen neuen Vornamen gegeben. Also, ihr seht, das eine oder andere wurde geändert. Bei den Nachnamen finde ich das zum Beispiel gar nicht schlecht. Ich habe mich früher immer gefragt, warum hat Zuko eigentlich keinen Nachnamen? Das ist doch ein bisschen komisch. Er stellt sich immer nur als Inspektor Zuko vor. War schon ein bisschen irritierend, aber bitte sei es drum. Der eingefleischte Sinclair-Hörer mag sich vielleicht auch daran stören, dass das nicht mehr sein John Sinclair ist. Weshalb es mir jetzt persönlich als alter John-Sinclair-Fan auch ein bisschen schwerfällt, das Ganze zu trennen. Auf der einen Seite soll ich hier das Hörspiel bewerten und muss sagen, ja, das Hörspiel ist super gemacht. Die Geschichte klingt interessant. Wir haben es hier mit moderner Mystery, Grusel-Horror-Geschichte zu tun. Wir müssen mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall deutet sich da sehr viel an. Und das scheint nicht der klassische Zombie zu sein oder der klassische Vampir. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir hier diese entkernten Personen, die auch nicht bei Scotland Yard arbeiten, die sich anders verhalten, wo man dann noch sagt, kann ich mich mit diesen Personen, die ich über Jahrzehnte kennengelernt habe, noch identifizieren? Da kann man natürlich die berechtigte Frage stellen, wollen das Dennis Erhard und Sebastian Breitbach überhaupt, dass man sich noch so in die alten Personen zurückerinnert? Oder wollten sie wirklich einen Neustart in einer Form schaffen, der da lautet Sinclair komplett neu, egal was Jason Dark sich jemals auch ausgedacht haben mochte? Lassen wir diese Frage einfach mal an dieser Stelle unbeantwortet. Es wäre meines Erachtens unfair, das jetzt nach einer Doppel-CD beantworten zu wollen, beziehungsweise zu können. Wo geht mein Hörspiel-Daumen hin? Das ist mal gar nicht so einfach. Ich habe es eben schon ausgeführt. Ich bewerte jetzt an dieser Stelle einfach mal das Hörspiel und versteige mich nicht in einen Vergleich zu allen anderen Sinclair-Serien, die es gibt. Und deswegen geht mein Hörspiel-Daumen in diesem Fall nach oben. Wie ich schon sagte, sechs Folgen für die erste Staffel, jeweils Doppelfolgen. Wahrscheinlich wird es nachher auf eine Gesamtspielzeit für die ganze Geschichte auf über acht Stunden hinauslaufen. Ich habe jetzt für Folge eins schon mal 83 Minuten meiner Lebenszeit investiert und hatte am Ende nicht das Gefühl, ich wäre irgendwo angekommen oder hätte auch nur ein Etappenziel erreicht. Es ist ja nun auch kein Geheimnis, dass ich mehr anfangen kann mit kleineren Hörspieleinheiten, mit Geschichten, die in sich abgeschlossen sind, weil es da auch bei mir persönlich eher zu einem Wiederhörerlebnis kommt. Das mag meinen altmodischen Hörgewohnheiten geschuldet sein. Bist du, wie ich, auch von gestern oder bist du schon von heute? Ich mag beides. Ich mag lange Geschichten. Ich mag aber auch durchaus Geschichten, die auf eine CD oder Doppel-CD passen. Es fällt einem tatsächlich leichter, mir zumindest, noch mal eine Geschichte rauszuholen und noch mal zu hören. Mal eben so 15 Stunden eine Geschichte noch mal wieder aufs iPhone zu spielen und zu sagen, das höre ich mir jetzt mal eben an. Da gehört schon ein bisschen was dazu. Da muss man erst mal die Kraft aufbringen und den Willen, eine lange Geschichte hören zu wollen. Und niemand wird voraussichtlich, so wie wir das bei anderen Hörspielen auch schon gesagt haben, später einmal sagen, hey, Sinclair Deadzone Folge 3, die war so gut, die kann man einfach mal so zwischendurch hören. Ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen, dass man sagt, hey, Sinclair Deadzone war gut, Folge 1 bis 6, die höre ich noch mal. Aber dann brauche ich einen größeren Anlauf. Und ich möchte auch einfach das Gefühl haben, nach 83 Minuten, okay, ich habe jetzt irgendwas abgeschlossen, check, Haken dran und nicht irgendwie denken, ah, stimmt, jetzt kommen wir noch sechs, sieben Stunden. Andere Serien schaffen es zum Beispiel durch einen Cliffhanger etwas aufzubauen, dass man sagt, hey, cool, ich habe jetzt die erste Doppel-CD gehört, ich will wissen, wie es weitergeht. Leute, gebt mir bitte die zweite Doppel-CD, da geht es weiter. Den Eindruck hatte ich hier auch nicht. Mein Eindruck ist, dass mittlerweile immer mehr Leute auf die Idee kommen, immer mehr Hörspielmacher sagen, so, jetzt eine Mystery-Geschichte. Mystery bedeutet für mich, da sind jetzt ganz viele verschiedene Personen, offensichtlich haben die gar nichts miteinander zu tun, aber hey, das ist dann eine große Gesamtgeschichte, die sich dann auf einmal in der fünften Folge ergibt. Habe ich nur so das Empfinden oder wie siehst du das so auf dem Hörspielmarkt? Wie ist da so dein Empfinden und deine Wahrnehmung? Das ist grundsätzlich ja keine neue Idee, so was es uns häufig schon begegnet in anderen Zusammenhängen bei Filmen und Fernsehserien und so weiter. Neu ist, dass das verstärkt im Hörspielsektor auftrumpft und ich habe da grundsätzlich auch nichts dagegen. Ich fühle mir sowas auch gerne an. Ungünstig ist es für mich nur immer dann, wenn man das Gefühl hat, ach, das hatten wir jetzt schon so oft. Wenn man schon meilenweit gegen den Wind riecht, wohin der Hase hoppelt und das ist bei solchen Handlungskonstrukten oft der Fall. Vielleicht liegt es daran, dass man schon so viel gesehen, gehört und gelesen hat. Es kommt dann auch wieder darauf an, wie es gemacht ist und ob man vielleicht auch nochmal irgendwie eine unerwartete, originelle Wendung einbringen kann. Ja, wenn es gut gemacht ist, ja, dann kann ich mich auch auf sowas einlassen. Ich habe auch den Eindruck, es wird mehr, dass immer mehr Geschichten in dieser Art erzählt werden und ich stelle aber auch fest, dass es durchaus qualitativ da Unterschiede gibt und ich habe bei Deadzone im Moment noch die berechtigte Hoffnung, glaube ich, dass das eine der besseren Geschichten werden wird. Davon können wir ausgehen. Dennis Erhard ist eine Bank. Wir wissen, was er sonst gemacht hat und so jemand verlernt nicht von heute auf morgen das Hörspiel machen. Sinclair wurde ja hier insgesamt etwas entkernt. Ich habe es ja eben auch schon gesagt. Also die Personen sind zwar irgendwo noch da, aber sie haben offensichtlich nicht mehr so die typischen Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Charakterzüge, so wie wir sie aus der ursprünglichen Serie kennen. Wie kommst du denn damit so klar, dass Sinclair vielleicht nicht mehr der coole Rochen ist, der alle Frauen umreißt, so wie du ihn da so von damals noch kennst? Cool ist er immer noch. Er ist nur halt kein Womanizer mehr. Was du ansprichst, betrifft ja auch andere Charakterzüge und andere Personen. Ich kann das akzeptieren, ich kann mich darauf einlassen, aber ich finde es nicht besonders toll. Muss ich vielleicht auch nicht. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen Auswahl. Das heißt, wenn ich das jetzt auch nicht toll finde, kann ich ja auf die anderen Sinclair-Serien zurückgreifen. Und das ist so ein Punkt, ich hatte ja immer mal wieder gehofft und es auch schon mal gesagt, Leute, macht doch mal Sinclair-Geschichten nicht aus den 70ern und 80ern hier mit Vampiro del Mar und dem Eisernen Engel und so weiter, sondern guckt doch mal, was Jason Dark später geschrieben hat. Ich hatte erst so gehofft, dass sie das jetzt hier mit diesem Sinclair machen. Nein, meine Gebete sind da wieder nicht erhört worden. Aber wer weiß, was die Handlung noch für dich bereithält. Ja, aber ich würde gerne mal ein paar neuere, alte Geschichten von Sinclair hören, die nicht mehr so den Hauch des Antiquarischen an sich haben. Aber schauen wir mal oder hören wir mal. Moderne Mystery-Thriller wie Sinclair oder auch wie Foster, die wollen gerne besonders tough und knallhart rüberkommen. Da scheint es zum guten Ton zu gehören, dass sämtliche Figuren möglichst ungehobelt, derb und aggressiv miteinander umgehen. Ich finde ja immer, es gibt schon genug Unfreundlichkeit auf der Welt und finde es immer gut, wenn man sich seine vulgären Ausbrüche für besondere Ausnahmesituationen aufspart. Mir gehen diese dicke Eier-Dialoge und negativen Vibes, die von solchen Hörspielen ausgehen, auf Dauer ehrlich gesagt ein bisschen auf die Büchse. Wie geht es dir da? Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Foster nicht weitergehört habe, weil ich einfach Foster wirklich ein Stück weit abstoßend uninteressant fand und mich auch wirklich mit Foster absolut nicht identifizieren konnte. Ich fand das hier bei Sinclair ein bisschen ähnlich. Ich finde es wirklich schwierig, weil wenn man dann nur immer einen um die Ohren kriegt, dann ist es schon schwierig. Sinclair hat seinen Reboot gekriegt. Hören wir also einfach mal weiter, wie es mit Dead Zone weitergeht. Sind wir gespannt, was Sinclair als nächstes erleben wird, wie alles zusammengehört in diesem Mysterium. Ja, und wir sind auch gespannt, was wir uns gleich aussuchen werden als nächstes Hörspiel, denn wir hören uns auch nächsten Monat wieder, wenn Sie Myxin-Sagen hören. Manche Hörspiele kann man immer wieder hören, vor allem, wenn man nicht weiß, wie man die Loop-Funktion deaktiviert. Hier ist die Hörspieljury. 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 Hörspieljury.